Ihr hinten rechts sieht ein bisschen platt aus. Haben Sie da zufällig noch Sommerluft drauf? Weil da muss ja Winterluft drauf. Das zieht sich ja im Winter anders aus zusammen und nicht, dass Sie da jetzt noch mit Sommerluft auf dem Reifen fahren, weil dann könnte das natürlich sein. Ja meinen Sie, die haben da Winterluft drauf gemacht? Das dehnt sich ja anders aus im Winter als im Sommer. Also ich zum Beispiel im Allwetterluft, da brauchen Sie gar nichts durchtauschen. Und kann ich das hier nochmal prüfen? Wir haben auch Winterluft im Angebot da. Pass 1 Euro, schmeißen Sie rein, können Sie alle vier Reifen prüfen. Ja, müssen Sie darauf aufpassen, nicht dass Sie mit Sommerluft im Winter rumfahren, weil da ist durch die Kälte der Unterschied. Das dehnt sich anders aus und dann ist der Verbrauch auch höher vom Auto und der Abrieb, dass Sie Bescheid wissen. Aber das ist nicht jetzt was, was ich direkt regend machen kann. Könnte ich das auch? Ja, würde ich mal in der Bergstadt nachfragen, ob Sie da auch Winterluft drauf gemacht haben und nicht noch mit Sommerluft rumfahren. Das funktioniert ja nun nicht. Ja, mit Karte einmal. Ja, mit Karte einmal, genau. Also bringt es in Ordnung! Die Anlass ist es in Ordnung. Wie hat das ausgewählt stehen?